hallo liebe angelfreunde ich bin es euer christian und heute wieder am bach unterwegs ein ansitz angeln zum abend steht an ich freue mich lange nicht mehr gemacht der raps blüht wir haben 20 grad gehabt heute und ja das richtige wetter um sich mal abends an so ein kleines fließgewässer zu setzen und einfach mal zu schauen was bei ist das heutige video wird präsentiert von der firma angelwelt gerlinger die haben mir ein tolles set zusammengestellt extra für meine angelei hier am bach was dieses set enthält und wie ihr das ganze set hier wirklich super günstig bekommen könnt das zeige ich euch in diesem video viel spaß als erstes hier von der firma mostall fishing neue hausmarke von angelwelt gerlinger so ein richtig schöner routenschutz den könnt ihr mit klettverschluss hier je nach routenlänge abstimmen befestigen schützt die route dort wo es am wichtigsten ist nämlich unten am handteil und oben an der spitze dann haben wir hier eine richtig schicke feederroute auch von mostall fishing feeder champ number one in drei meter wurfgewicht bis 100 gramm drei verschiedene spitzen gibt es zu der route zwei sind aus vollglas und eine harte aus kohle faser steht auch drauf wie schwer die sind ich habe jetzt hier mich für die mittlere spitze entschieden dies in so einem schönen neon grün sieht man auch sehr gut bis spät in den abend hoffe ich jedenfalls aber mit so spitzen habe ich auf jeden fall gute erfahrungen gemacht zeigen mir schön die bisse an auch die länge nur drei meter normal sind viele routen so immer um die drei meter dreißig 360 oder so diese drei meter route ist aber hier für den bach optimal damit ich da gemütlich mit angeln kann auch an stellen die so ein bisschen zugewachsener sind funktioniert das sehr gut ich baue das gute stück mal zusammen dann zeige ich euch noch die rolle dazu und dann möchte endlich ein paar fische fangen gut ist wirklich fein verarbeitet hier hinten das stück in dublon dann haben wir einen schönen korg griff der rollen halter ist wirklich schick man kann auch direkt auf den routenrohling greifen auf den blank das heißt bei jedem bis wenn man die route in der hand hält dann wird man das zittern hier spüren das mag ich ja sehr dann haben wir wirklich einen dezenten schwarzen blank hier mit schönen ringen die sehen wirklich schick aus aber eine schöne sich einlage vernünftig fest gewickelt und sowas also gefällt mir wirklich vom design gut die route dazu gibt es eine rolle das ist die da war black widow mit dem freilauf finden das heißt wenn ihr die route auf dem routenhalter habt könnt ihr den freilauf einschalten der fisch kann ungehindert und ganz easy schnur abziehen und wenn ihr dann eine halbe kurbelumdrehung macht dann ist die frontbremse wieder aktiviert und die ist wirklich seidenweich und ja wird auf jeden fall jeden fisch hier im bach gut parieren können auch sehr schön klein für eine freilauf rolle normale freilauf wollen die man kennt sind relativ groß und klobig hier am bach habe ich das gerät gern in der hand mache auch gern dieses spür angeln und dafür ist dieses gerät eigentlich wunderbar geeignet wenn ich sie dann doch mal auf den routenhalter lege dann kann ich den freilauf einschalten bin dann auch sicher dass das schöne gerät nicht ins wasser gerissen wird alles in allem wirklich eine tolle combo wer noch mal genaue infos dazu haben will der schaut am besten unten in die infobox da werde ich natürlich alle teile verlinken dazu gibt es noch 2400 meter schnur von da war 0,20 die passt natürlich perfekt hier auf diese feine freilauf rolle und ja hier für den bach eigentlich optimal geeignet wird denke ich mal mit der schönen bremse alles parieren was hier drin ist genug gelabert jetzt möchte ich ein paar fische fangen ich habe eine ganz einfache montage drauf einfach so ein 7 gramm tropfenblei das reicht hier bei der leichten strömung dann eine kleine perle hier diesmal ein bleischrot um das blei zu stoppen einen feinen wirbel dann habe ich hier ein 20er vorfach mit einem 8er haken ich habe dendrobenas dabei also kleine mistwürmer und meine tauwürmer die ich selbst gesammelt habe mal gucken was die fische heute wollen ein bisschen anfüttern könnte ich auch ich habe ein bisschen paar nebel dabei aber erstmal erfahrungsgemäß werfe ich den schönen wurm da hinten in diese dunklen bereiche wo die fische meist lauern bevor ich sie mit dem füttern verscheuche probiere ich einfach mal ob sie so auf den wurm ohne futter gehen jetzt wird aber geangelt so als erstes hier ein schöner kleiner mistwurm auf den feinen haken gut aus dann werfe ich die route mal da hinten unter die bäume sehr gut wunderbar und direkt bis leute das geht ja wie es brezel backen hier wie ich sage meistens warten die fische da in so unterständen und wenn ich jetzt da viel futter rein geworfen hätte oder sonst was dann wären sie weg gewesen so ah den habe ich mir verschlagen den habe ich mir verschlagen schade worum sieht noch gut aus aber ich stecke ihn noch mal einmal mehr auf der haken schön bedeckt ist so schönes kopfstück ist noch frei wo bewegt sich also noch gut und jetzt wieder an die gleiche stelle nächster wurf hier diesmal lege ich die route gar nicht hin und wirklich direkt der biss so spannend leute so ein kleines gewässer hier und die route brauche ich gar nicht in den rutenhalter legen da zieht er noch mal und ich habe ihn schon wieder verschlagen mensch alles noch drauf gucken wir mal perfekt und jetzt aber jetzt kriege ich dich meine güte dessen döbel oder so wieder nicht komisch der war schön jetzt bleibe ich aber auch stehen zittert schon wieder an der spitze nachdem ich jetzt ein paar bisse gehabt habe und ja mich gewundert habe was da an meinem wurm nagt habe ich nach dem fünften bis endlich mal so einen kleinen gründling rausgezogen aber der war ja so klein dass ihn direkt hat vorne wieder abgehakt habe und schwimmen lassen jetzt will ich ein bisschen anfüttern damit ich auch mal was größeres hier meinen platz locke weil ich will ja schließlich bis in die dämmerung bleiben und wenn die großen friedfische da hinten aus dem dunklen wald rauskommen dann soll ein bisschen futter liegen damit die ein bisschen länger dort verweilen ich habe hier ein bisschen vogelfutter ja gibt es bei der gärtnerei oder bei einem tierfutterladen das habe ich schön aufgekocht vermische ich jetzt mit grundfutter machen wir einen schönen futterball viel brauche ich hier gar nicht für die stelle weil jetzt riesengroße brassenschwärme oder so wie bei mir am see oder große karpfen die mit den futterplatz im nur leer fressen erwarte ich hier nicht deshalb hier so ein bisschen grundfutter das sieht gut aus das lockt schön werfe ich jetzt da meine stelle und dann gucken wir mal ob da mal was größeres an den haken geht ich habe jetzt die kleinen dendrobeners hier die mistwürmer abgemacht und schönen dicken taubem kopf dran gemacht weil ich hatte viele leichte bis so zitterer und zupfer habe dann ja den kleinen gründling gefangen dann gefüttert dann war erst mal ruhe jetzt geht in zehn minuten die sonne unter das heißt dann beginnt die heiße phase und ja die fische beginnen dann aktiv nach nahrung zu suchen und dann hoffentlich hier auf meinen futterplatz zu ziehen die route hält sich sehr gut in der hand ich habe ja gerne die route in der hand beim biss und er geht dann auch so ein bisschen hinterher ein winkelpicker war hier oft zu leicht gewesen denn die fische die es hier gibt ich habe schon mal ein karpfen auf dem winkelpicker die ziehen dann schon sehr krumm und dann ist die route ausgereizt die hier mit dem wurfgewicht bis 100 gramm halt eine feeder route die hat in der spitze eine weiche spitze die mir wirklich da jeden zupfer und jeden zitterer anzeigt und dann doch genug rückgrat um ihren größeren fisch auch aus dem bach zu zerren passt auf jeden fall zusammen auch am see oder am größeren fluss wird das natürlich eine gute figur machen kann mit sowas gut angeln ich würde sagen wirklich eine allround route für das grundangeln futterkörbchen kann man dran machen das klappt ja im kleinen fluss sehr gut jetzt bin ich hier am bach und jetzt möchte ich endlich mal was schönes an den haken bekommen immer genau auf den futterplatz den wurm brems ist gut eingestellt soll ja auch im falle eines größeren fisches hier ein bisschen schnur frei geben route vorne in den rutenhalter hinten aufs knie dann kann ich direkt greifen so mag ich das ist echt eine spannende angelei die neonfarben spitze sehe ich auch noch richtig gut nachher werde ich noch ein knicklicht drauf machen in einem meiner letzten videos habe ich mich ja für die vielen netten kommentare bedankt und euch auch gefragt wer denn mal gegrüßt werden möchte und das tue ich hiermit ich grüße den hermann busch den lukas aus bayern grüße ich und die sabine siegmann der kann ich sagen mein plan schleie der steht es wird bald auf schleie gehen wann und wie ich das mache wo ich mir noch genau überlegen aber ich habe dieses jahr auf jeden fall lust eine schöne schleie zu fangen und ja ihr werdet dabei sein viele grüße leute alle die ich jetzt nicht gegrüßt habe nicht traurig sein vielleicht im nächsten video ich bedanke mich auf jeden fall nochmals für die vielen netten kommentare euren support und ja das ist das was mich hier weitermachen lässt und auch immer wieder so kleinstgewässer aufsuchen lässt zurück zu den wurzeln einfach angeln und ja fische fangen spaß haben natur erleben mit der natur verbunden sein das ist genau das was ich mag und das möchte ich natürlich auch euch präsentieren und hoffe dass der ein oder andere da was für sich mitnehmen kann und das nachfühlen kann erster größerer fisch am band hier ich glaube da mal eine kleine barbe machen wir mal die hände am netz nass hier schön für den bach hier schon tolles exemplar hat den taubem kopf hier voll genommen und für so einen kleinen fisch liefert die in so einem kleinstgewässer schon ordentlichen kampf toll super mal gucken was da noch geht heute abend sobald die dämmerung jetzt eingetreten ist wirklich da wurden die bisse auch rabiater härter und ja jetzt hat es auch den ersten vorzeige fisch gebracht super der erste vorzeige fisch die kleine barbe hier aus dem bach ist gefangen gerät hat sehr viel spaß bereitet bis jetzt wer dies alles zusammen kaufen möchte also die rute die rolle den routenschutz und die schnur packt alles zusammen in den warenkorb ich habe ja alles unten in der infobox verlinkt also alles zusammen in einen warenkorb packen und bei bestellaufgabe das wort kombo mit in die anmerkungen schreiben dann könnt ihr noch mal einen extra vergünstigteren preis bekommen für big fish media fans für euch das habe ich herausgehauen denn mir hat das gerät jetzt schon freude bereitet das wird es euch auch tun kann man sich darauf verlassen und lässt sich super fischen viel spaß mit dem angelgerät wer denn zuschlägt leute und schreibt mal in die kommentare rein wenn ihr was damit gefangen habt oder was ihr insgesamt schon für fische dieses jahr auf die schuppen gelegt habt denn das interessiert mich ich werde es noch ein bisschen gas geben hier denn ich glaube da könnte noch was beißen der nächste fisch hier im letzten licht des tages was wir da haben eingesackt und was haben wir hier noch eine barbe noch eine barbe fast genauso aus wie die andere scheint hier echt ein schwarm kleiner barben unterwegs zu sein schön gucken was da noch so beißt weil das was größeres leute und richtig schnur hier aber ich kriege gut dran jawohl leute das ist ein aal ich glaube es ja nicht mega der erste aal des jahres jawohl schönes tierchen der haken ist schon raus hat sich hier im netz verhangen habe ich schwein gehabt toller al ich zeige ihn euch mal leute da ist er der haken hängt schon im netz fest der erste aal des jahres versuchen euch mal zu präsentieren aber ihr wisst ja wie das ist mit den aalen die lassen sich nicht so gern halten aber hier seht ihr ein schöner maßiger aus meinem bach wahnsinn schönes tierchen der haken saß ganz vorne der hat sich hier im netz verhangen hat er sich jetzt sich mal rum gedreht und dann war der haken auch schon raus ist ruhig aufpassen dass er mich abhaut damit ich ihn euch richtig zeigen kann aber ich glaube ihr habt gesehen es hat funktioniert ein gründling zwei barben und dann hat hier der aal gebissen niedliches tierchen so liebe leute das war mein erstes nachtangeln am bach hier die combo hat auf jeden fall viel freude bereitet rute rolle schnur und der routenschutz auf jeden fall alles aufeinander abgestimmt hat mir schöne fische gebracht erst den kleinen gründling dann die zwei barben und zum schluss noch den tollen aal das war wirklich ein gelungener auftakt ich werde jetzt nach hause kann selig schlafen denn nach so einem abend da ist man doch wirklich als angler und als naturfreund glücklich und zufrieden euch auf jeden fall allen viel erfolg am wasser viel spaß vertragt euch seid nett zueinander und wenn euch diese combo interessiert dann schaut doch mal unten in die infobox rein ich drücke euch auf jeden fall alle daumen und wünsche euch viel glück bis zum nächsten mal euer christian